Hallo alle zusammen, heute sprechen wir wieder über das Canon Zoom Objektiv 100 bis 500 mm. Heute im Abschluss Fazit oder Abschluss Review, wenn du so willst. Ich habe das Ganze jetzt einige Wochen getestet, einige Wochen wirklich intensiv auch benutzt, viele Situationen damit erlebt und ich denke, ich bin jetzt in der Lage ein fundiertes Abschluss Fazit dazu zu liefern. Und der Spoiler gleich natürlich vorab, es ist ein sehr exzellentes Objektiv, ein wirklich sehr gutes Objektiv. Wenn du weißt, was du damit machen möchtest und wenn du bereit bist, den Preis dafür natürlich zu zahlen. Aber ganz nochmal von vorn, das Hands-on und den ersten Eindruck kannst du in diesem Video hier oben sehen. Ich habe das Ganze oben verlinkt in der Infocard. Da habe ich bereits im ersten Eindruck schon mal darüber gesprochen, was das Objektiv kann und was es ausmacht, wie es sich anfühlt und so weiter. Und der sehr gute, sehr wertige Eindruck, den ich da hatte, den habe ich bis dann auch tatsächlich bestätigt bekommen in der Praxis. Also bis dann fühlt es sich immer noch gut an und es ist quasi noch genauso gut in der Nutzung, wie ich es bis dann auch dachte. Einen Nachtrag habe ich aber noch zu dem letzten Video und zwar was das Äußere angeht. Ich hatte gesagt, es gibt natürlich keinen Funktionsknopf hier oben. Und da muss ich sagen, in der Praxis ist mir aufgefallen, dass dieser Funktionsknopf ähnlich wie bei den Sony-Kameras hier dann doch sinnvoller wäre, als dieser Klickring im Hintergrund, der hier die ganze Zeit klickert. Und gerade wenn ich Wildtierfotografie mache oder unterwegs bin und es ist sehr leise, sehr still, dann ist es schon schlecht, wenn hier etwas klickert, obwohl ich lautlos arbeiten möchte oder arbeiten muss. Da wäre es gut, wenn ich einen Fokusbutton hier irgendwo hätte oder einen belegbaren Button generell hätte an dem Objektiv, den ich selbst frei belegen kann. Und das erlebe ich bei dem Sony, lass uns das gleich mal zum Vergleich nochmal hernehmen und herzeigen. Beim Sony habe ich mir auf diese Buttons an der Seite die Fokusmodi gelegt und wenn ich das Objektiv in der Hand habe, so und fotografiere, so ohne Stativ, dann kann ich quasi am Spot die Fokusmodi durchgehen, durchklickern und bin deutlich schneller, deutlich schneller, als in der Kamera irgendwo hier hinten Tasten zu drücken beziehungsweise finde ich es auch besser, als jetzt hier mit dem Klickgeräusch on Location zu arbeiten. Finde ich nicht günstig, das empfehle ich jetzt nicht wirklich. Also das finde ich ein bisschen schade und da hätte Canon auf jeden Fall noch etwas nachbessern müssen, bevor sie es rausbringen. Mit so einer Fokustaste oder generell einer belegbaren Taste wäre das Objektiv tatsächlich wirklich perfekt zu 100% für mich gewesen. Das ist nicht der Fall, aber dass ich gesagt habe, wenn dir wichtig ist, dass du sehr leise arbeitest, dann benutze diesen Ring hier hinten entweder nicht, stell die Kamera vorher so ein, dass es für dich funktioniert oder lebe einfach damit, dass du an der Kamera dann umschalten musst für verschiedene Fokusmodi, denn du darfst nicht vergessen, wenn du fotografierst und hast die Kamera am Auge, am Spot, wo du gerade bist, dann sind dir theoretisch die Tasten sozusagen verdeckt und du musst dich quasi blind zurechtfinden. Das geht auch in der Regel mit den Canon-Bodies, aber wenn dir vorne eine Taste wäre, wäre es einfach besser, weil du die Kamera nicht absetzen musst, du kannst die ganze Zeit durchschauen und du weißt, was drauf belegt ist und kannst dementsprechend umschalten. Das ist ein bisschen das einzige Manko an diesem Objektiv, was ich im Gröberen habe, aber dazu gleich noch mehr. Was ist mir noch aufgefallen in der Nutzung und zwar folgendes. Ihr seht, ich habe diese Stativstelle mir hier hochgemacht und du kannst sie, wie ich im ersten Video auch sagte, du kannst sie abmachen, du kannst sie auch dir hier ringsherum frei belegen, wo du möchtest. Auch hier wieder der Hinweis für mich, die Kritik, da wäre ein Klickmechanismus richtig gut gewesen, damit du auch im Dunkeln weißt, die Schelle ist jetzt quasi eingerastet und auch so generell für dich die Gewissheit hast, das Ganze ist gerade, horizontal oder vertikal ist es egal, aber du weißt, du bist exakt eingerastet und es ist gerade. Aber das ist gar nicht jetzt mal so das Schlimmste, sondern was ich tatsächlich besser gefunden hätte, wäre, wenn man hier oben die Möglichkeit eingebaut hätte, diesen Stativanschluss abnehmen zu können, ähnlich, jetzt kommt das Sony wieder ins Spiel, ähnlich wie bei dem Sony, hier ist es zwar fest verbaut, aber ich kann das Ganze abnehmen, indem ich hier oben drehe und per Klickmechanismus diesen Schuh einfach abnehmen kann. Das ist schon ziemlich praktisch, wenn gerade Packmaß immer eine Rolle spielt oder wenn du es einfach schlecht wo reinbekommst und das gerade stört, machst du es ab, das geht auch relativ schnell und dann ist das Objektiv im Rucksack oder dort verstaut, wo es hin soll. Das geht hier nicht, ansonsten, ja, bleibt dir nichts anderes übrig, als es entweder komplett abzumachen oder du montierst dir das hier so hoch, wie ich das gemacht habe und dann kannst du das Objektiv mit der Kamera auch noch ganz bequem tragen und das stört quasi weniger, aber das wäre schon gut gewesen, wenn man es hätte abmachen können. Also von hier oben. Gut, und dann noch der dritte und letzte Punkt, da bin ich fertig mit dem Meckern, und zwar ist es die Zoom-Geschichte. Das Objektiv ist schon eine rechte Luftpumpe, das muss ich mal sagen. Also du zoomst wirklich sehr, sehr weit heraus, um auf 500 Millimeter zu kommen und das ist schon eine rechte Menge, eine rechte Strecke. Demzufolge seid ihr dessen bewusst, dass das Ganze, ja, einfach wie eine Luftpumpe ist und dementsprechend auch sehr wahrscheinlich Staub- und Schmutzpartikel zum Sensor hinterbringt. Also dessen bin ich mir sehr sicher sogar, ich weiß es nicht, kann es nicht belegen, aber Objektive, die einen so weiten Zoom-Weg haben, sorgen in der Regel immer dafür, dass auf den Sensor einfach mehr Dreck kommt, dass mehr Schmutz sich innen drin bewegt, weil es bewegen sich mehr Teile, es wird Luft bewegt und du musst ja irgendwo hin und die presst es nicht nur nach vorne raus, sondern auch nach hinten. Demzufolge, ja, das ist so das. Aber was mir aufgefallen ist, ist vor allen Dingen, das Objektiv verschmutzt sehr schnell und sehr stark hier vorne, also in diesen Kanten und wenn dieser Dreck sich festsetzt und reingesogen wird durch die Zoom-Mechanismen, dann habe ich schon ein bisschen Angst, dass das Ganze dann doch recht schnell am Sensor landet. Das muss nicht passieren, wie gesagt, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, auch weil der Zoom so weit durchgeht, also bis hierhin mit Sicherheit, bis hier hinten zum Objektiv, fast bis zum Ende. Demzufolge, ja, habe ich ein bisschen die Bauchschmerzen, ob dieser Dreck auch wirklich noch hier vorne bleibt oder nicht ganz zum Sensor reingezogen wird. Aber natürlich siehst du bei einem weißen oder weiß-grauen Objektiv sehr schnell Schmutz. Das liegt in der Natur der Sache, das ist einfach hell und der Schmutz ist dunkel. Demzufolge setzt sich das sehr schnell und sehr gut sichtbar schnell fest hier unten hier dran. Nur, dass ich es mit gesagt habe, grundsätzlich ist es aber so, dass dieses Objektiv, wie ich bereits sagte im letzten Video, wetterfest ist, das heißt, Spritz- und Staubwasser geschützt ist das Ganze und dem Ganzen vertraue ich schon zumindest von außen. Es ist ein L-Objektiv und es hat, ich habe es im letzten Video schon gezeigt, wir können es gerne nochmal anschauen, und es hat eben auch einen wirklich massiv dicken Gummidichtungsring und der ist nicht vergleichbar mit den Sony-Linsen oder mit anderen Linsen. Das ist tatsächlich wirklich, das ist mal die Benchmark für alle Objektive, was Wetterfestigkeit betrifft. Also mit diesem Gummidichtungsring, da habe ich definitiv überhaupt keine schlechten Gedanken, im Sinne von, dass es könnte hier irgendwie doch reinregnen. Also das funktioniert, das kann ich sagen, das rastet satt ein und das sitzt wirklich wetterfest an der Kamera dran. Hier übrigens die Canon R5, falls ihr euch fragt, welche Kamera das ist, das ist die meine Canon R5 und in dieser Kombination ist das schon ziemlich gut. Also das ist schon eine echte Waffe, muss ich sagen, weil du damit tatsächlich sehr flexibel unterwegs bist. Und lasst uns gleich mal über die Brennweiten sprechen. 100 bis 500 Millimeter, das ist ein Brennweitenbereich, den es bei keinem anderen Hersteller gibt. In dieser Größenordnung mit diesen Blendenwerten gibt es das nur bei Canon. Und ich weiß aus Fachkreisen von Kollegen, dass das der Grund ist, dass sich einige, die im Wildtierbereich vor allen Dingen viel unterwegs sind, dann tatsächlich nur wegen diesem Objektiv zu Canon umgestiegen sind, weil Canon nicht nur gute Kameras baut, sondern einfach weil dieses Objektiv mit diesem Brennweitenrange nur bei diesem Hersteller verfügbar ist. Alle anderen Hersteller haben in der Regel das 200 bis 600, bei Nikon gibt es noch das 180 bis 600, soweit ich weiß, und verschiedene andere. Aber wer zoomen möchte, der ist natürlich bei Canon deutlich besser aufgehoben, wenn du 100 bis 500 Millimeter brauchst für das, was du machst. 100 bis 500 Millimeter, da drängt sich natürlich auch der Vergleich zum 100 bis 400 Millimeter auf. Das gibt es auch von Canon. Deutlich kleiner, leichter und vor allen Dingen viel, viel günstiger, aber eben nicht wettergeschützt und nicht die blendenden Werte wie hier in diesem Objektiv. Aber natürlich könnte man damit auch Wildtiere fotografieren. Ich persönlich bin der Meinung, dass für Wildtierfotografie und die Kombination zur Landschaftsfotografie mit diesem Objektiv optimal ist. Weil 100 Millimeter Anfangsbrennweite, das ist noch nicht zu nah, noch nicht zu nah dran an den Bergen, am Wald, was du gerade fotografierst. Man kann schon noch recht gut die Umgebung mit einschließen in das Motiv, was du fotografieren möchtest. Und bis 500 Millimeter, das ist schon echt eine Range. Also 400 und 500, das ist schon noch mal was, gerade was das Herankommen angeht. Und ich war letztens erst unterwegs und habe Rehe fotografiert. Und das Dammwild war so weit weg, dass ich bei den 500 Millimetern schon auf Anschlag war und einfach immer noch nicht genug Brennweite hatte. Also es gibt Tiergruppen, da sind selbst 500 immer noch nicht genug. Okay, da brauchst du dann eben mehr Brennweite. Aber für das meiste reicht das dann schon aus. Also für die Wildtiere, wo ich öfter unterwegs bin, gerade an den Seen und an den Bächen, das sind 500 Millimeter schon recht gut. Und vor allen Dingen im Vergleich zum Packmaß und zur Größe, zum Gewicht, ist das dann tatsächlich die ideale Kombination. Wenn du länger unterwegs bist, da ist das nicht ganz so schwer wie das Sony und wie die anderen größeren Objektive. Also das lässt sich noch länger tatsächlich aus der Hand tragen. Das 100 bis 400 Millimeter, dann natürlich noch ein bisschen besser, weil es noch mal kleiner, leichter ist und du die Stativstelle nicht hast und und und. Aber wenn du Wetterfestigkeit brauchst und Landschaft und Wildtier kombinieren möchtest oder kombinieren musst, dann sind die 100 bis 500 Millimeter definitiv wahrscheinlich die erste Wahl. Die erste Wahl wahrscheinlich nicht, wenn es um den Preis geht, denn da müssen wir hier echt mal mit Canon sprechen. Ich finde, der Preis ist einfach nur völlig überzogen und mit fast 3000 Euro, je nachdem wann und wo du das Ganze kaufst. Da sprechen wir nicht mehr davon, dass man hier irgendwie alle User abholt, denn es gibt diese Brennweite nur für die Profis oder für die hochpreisigen, bezahlbereiten Menschen da draußen. Demzufolge möchte Canon schon die Sparte sehr explizit bedienen und das finde ich ein bisschen schade, weil man hätte mit Sicherheit auch vielleicht eine abgespeckte Version ohne Wetterfestigkeit, ohne Stativstelle und so weiter noch ein bisschen günstiger anbieten können oder einfach den RF-Mount öffnen für Drittanbieter. Und Dritthersteller würden mit Sicherheit so etwas Ähnliches bauen, vielleicht ein bisschen leichter, nicht ganz so gute Blendenwerte, wobei die sind jetzt auch nicht unbedingt die besten und dann natürlich deutlich günstiger. Und ich sage mal, für 1000 Euro weniger wäre das Objektiv tatsächlich der Kracher. Also wenn das Objektiv unter 2000 Euro wäre, würde sich das wirklich wie geschnitten Brot verkaufen und wäre eine echte Konkurrenz zum Sony definitiv, auch wenn das hier eine andere Brennweite hat, wäre es definitiv eine Konkurrenz, weil es einfach viel leichter, kleiner, kompakter und so weiter und so fort ist. Damit würde Canon sich mit Sicherheit viele User rüber zum RF-Mount ziehen, das tun sie aber nicht. Das günstigste, was ich bisher gesehen habe, waren 2500, 2600 Euro für dieses Objektiv. Da war vor vielen Jahren auch das Sony mal gewesen, aber das ist recht schnell im Preis gefallen und war sehr schnell unter 2000 Euro und natürlich total attraktiv vom Preis und inzwischen nochmal günstiger geworden. Demzufolge lohnt es sich für die, die hobbymäßig ambitioniert draußen unterwegs damit sind, eher weniger der Blick zu diesem Objektiv, weil es einfach völlig überzogen und teuer ist. Und vor allen Dingen die Kombination zur R5, die ja nun auch im Preis gefallen ist, aber immer noch recht viel Geld kostet, da sprechen wir von vielen tausenden Euros, die du in der Hand hast und das muss dann schon gerechtfertigt sein. Als Profi, ja, okay, wenn du damit Geld verdienst, wenn du Aufträge hast, wo du es einfach brauchst, dann magst du das über die Zeit dann rechnen. Aber alle, die einfach nur zum Spaß losziehen wollen und die es einfach ein bisschen hobbymäßig am Wochenende machen, kann sich das Objektiv tatsächlich nicht aufgrund des Preises empfehlen. Bildleistung, klar, sprechen wir gleich nochmal darüber. Da müssen wir eigentlich nicht drüber sprechen, weil die Bildleistung ist exzellent, die ist on point und wirklich top, aber was den Preis betrifft, ja, haben wir gerade besprochen, ist jetzt nicht wirklich laut meiner Überzeugung am Kunden orientiert und einfach nur schade. Okay, sprechen wir über die Bildqualität. Bildqualität bei einem Blendenwert von 4,5 bei 100 Millimetern und Blende 7.1 bei 500 Millimetern, das ist jetzt nicht unbedingt der Burner, also da sprechen wir auch von einem Objektiv, was durchschnittliche Blendenwerte hat, ja, und bei fast 3.000 Euro, aber gut. Es ist aber so, dass sich das in der Praxis nicht so schlimm darstellt, als du vielleicht vermutest. Ich war für dich draußen unterwegs und habe bewusst mal nicht die weiße Wand fotografiert, wo wir dann die Wignettierung sehen, sondern eher draußen die Praxisbilder, wie sieht das aus mit Sträuchern, mit Wäldern, mit dem, was du eben draußen vorfindest. Dann war ich für dich draußen unterwegs gewesen und habe bei mir vor dem Haus einfach mal Bäume fotografiert und Sträucher fotografiert und bin hier die Brennweiten durchgegangen und da siehst du 100 Millimeter, das ist dann doch schon ordentlich weit, im Sinne von, du bekommst viel auf das Bild noch mehr drauf und zwischen 100 und 200 Millimetern, das ist auch der Unterschied zwischen dem Canon und dem Sony, das ist eine rechte Menge, also es ist recht viel, schau dir das mal an, 100 und 200 Millimeter, da geht viel und das würde bedeuten in der Praxis, dass du, wenn du irgendwo bist und möchtest mehr aufs Bild bekommen, dass du es einfach nicht drauf bekommst und du bist meistens in den Bergen, das ist meine Erfahrung, mit 200 Millimetern einfach schon zu nah. Es sei denn, du fotografierst Gämse, Böcke oder sowas, aber in der Regel bei Landschaften bist du einfach schon zu nah. Okay, schau dir das mal an, ich bin durchgezoomt durch die Brennweiten, das waren 100 Millimeter, 200, dann war ich bei 400 Millimetern und dann bei 500 Millimetern, dann schau dir das mal an, nicht nur den Unterschied zwischen 400 und 500, das ist schon nochmal näher, sondern auch die Freistellmöglichkeit, ich habe mir bewusst auf diesen Ast fokussiert und du siehst, der Hintergrund ist unscharf, der Hintergrund ist auch sehr weich und cremig und der Strauch oder der Busch dahinter ist gar nicht so weit weg, also wir sprechen jetzt nicht von 20, 30 Metern im Hintergrund, sondern von wenigen Metern und der Hintergrund ist freigestellt und wenn wir jetzt dort noch einen Vogel drauf gehabt hätten oder ein Eichhörnchen und dergleichen, dann hätte ich das tatsächlich richtig gut freistellen können und das ist die Beobachtung, die ich jedes Mal machen konnte, wenn ich draußen unterwegs war, bislang mit dem Objektiv, dass die Hintergründe in der Regel sehr gut aussehen, also ab 400 Millimetern aufwärts bis 500, je nachdem welcher Hintergrund natürlich da ist, sah es in der Regel wirklich schon richtig, richtig gut aus und das sind Fotos, die man direkt so verwenden kann, also als JPEG out of camera, super schöne Farben, die Schärfe sitzt on point und schaut euch auch mal die Ränder an, selbst am Rand ist das Bild scharf, ich meine, wir würden bei Wildtierfotografie wahrscheinlich selten Vögel an den Rand setzen, ich fotografiere bei sowas auch eher mittenbetont, also mittenorientiert, zum einen was den Autofokus und auch meine Aufmerksamkeit betrifft, aber auch weil ich weiß, dass die Objektive in der Mitte am schärfsten einfach sind und demzufolge würdest du es wahrscheinlich auszumachen, deshalb, die Ränder sind super scharf, ja die sind gut, aber das habe ich jetzt auch weniger beobachtet und ich denke, das könnte man auch vernachlässigen, was die Ränder betrifft, weil es einfach eine tolle Bildleistung hat. Mein erster Eindruck zum Objektiv, ich habe es ja schon bereits über Instagram in den Storys gesagt und geteilt, hat sich auch weiterhin so bestätigt, also bei den ersten Fotos habe ich Spatzen und kleine Vögel und Meisen bei uns hier vom Haus in den Büschen und auf den kleinen Bäumen fotografiert und selbst die ersten Bilder waren sofort on point, sofort scharf und das hat sich eigentlich die ganze Zeit über so gezeigt, also die Canon ist natürlich auch eine sehr gute Kamera und ist natürlich in der Lage, das Motiv sofort zu fokussieren und auch wenn sie keine KI verbaut hat, performt sie mit diesem Objektiv wirklich exzellent, das kann ich nur sagen, also fast jeder Schuss war ein Treffer, wenn ich den Vogel selbst sehen konnte durch das Objektiv, durch den Surer, dann hat die Kamera ihn in der Regel auch gesehen und sie war weniger störanfällig mit dem Objektiv in der Kombination für Äste dazwischen, die vor dem Vogel vor dem Kopf sind, als bei der Sony. Die Sony tut sich da deutlich schwerer, finde ich, laut meinem Eindruck, das ist nicht ganz so optimal, die Canon ist da schon mal deutlich besser, aber bei der Canon wiederum ist es so, sie hat einmal das Motiv, dann hat sie es auch und wenn sie es mal verloren hat, ist es meistens auch ganz weg. Das ist bei der Sony wiederum nicht so, die Sony verhält sich dann irgendwo in der Nähe, hält sich in der Nähe irgendwo auf mit dem Fokus und kommt dann recht zügig wieder drauf, bei der Canon ist es so, wenn es weg ist, ist es weg, aber hat sie einmal den Fokus mit dem Objektiv, dann läuft das auch, also dann sind das auch keine Probleme und dann kannst du relativ zügig auch deine Bilder machen und verpasst auch keinen Moment. Soviel zur Bildschärfe, zur Bildqualität, ich denke, ich habe genug geschwärmt von dem Objektiv, es ist ein sehr gutes Objektiv, es ist eine tolle Brennweite, die wir wirklich bei allen anderen Herstellern einfach noch suchen und auch denke ich brauchen. Die älteren EF-Linsen oder Sigma-Linsen mit dem EF-Mount, da gab es auch das 60 bis 600 oder 150 bis 600 Millimeter, das sind auch alles gute Objektive, aber kein Vergleich mehr zu den RF-Linsen. Ich hatte ja mal das Sigma hier im Test, da kannst du gerne nochmal reinschauen, hier in der Infokarte, ich verlinke dir das oben. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Objektiv an den Spiegelreflexkameras, an den Spiegellosen geht es auch, aber spiegellos empfehle ich dir eher auf RF-Linsen zu setzen und zu schauen, wenn du den RF-Mount zu Hause hast, weil es einfach die deutlich besseren Objektive sind. Die sind schärfer, der Fokus sitzt schneller und besser treffsicherer und du hast einfach viel weniger Ausschuss und das macht einfach viel mehr Spaß. Also das sollte auch am Ende da sein. Demzufolge empfehle ich dir, wenn eher nicht auf die alten Linsen zu schauen, sondern schon eher auf die neueren RF-Linsen. Wenn du der Meinung bist, dein Geldbeutel reicht, gönn dir auf jeden Fall das 100 bis 500, weil es einfach ein Top-Objektiv ist und solange es nichts anderes gibt von Drittherstellern, wird es auch das Einzige erstmal bleiben für Canon. Aber du kannst natürlich auch schauen, wenn du sagst, okay, die 500mm sind mir zu wenig, wie sieht es denn mit dem 600mm Objektiv aus, dieses Festbrennweitenobjektiv? Ja, da gibt es die RF-Variante, es gibt auch das RF als 400mm, 2.8, aber die sind natürlich jenseits von 10.000 Euro und für die meisten von uns überhaupt nicht erreichbar, geschweige denn erschwinglich. Aber der Trick hier wäre vielleicht die EF-Varianten anzuschauen, gerade von dem 600mm Blende 4. Da gibt es, soweit ich weiß, die EF-Variante, je nachdem wann und wo gebraucht, schon deutlich günstiger als damals zum Neupreis. Und da könnte es schon sein, dass du vielleicht mit dem EF 600mm Blende 4 zufrieden bist. Und wenn du schon so viel Geld ausgibst, vielleicht eher das nimmst, anstelle des RF 100 bis 500, weil du bei dem 600er meistens noch mal ein bisschen mehr Bildschärfe hast, noch mal den besseren Autofokus nicht unbedingt, aber vor allen Dingen den besseren Bildlook. Durch die Festbrennweite und durch die Blende 4, einfach durch die lange Range der Brennweite, hast du natürlich noch mal ein deutlich besseres Bokeh, einen schöneren, aufgelösten Hintergrund. Und das kann man auch mit den EF-Linsen immer noch getrost und ohne Probleme an den R-Kameras aus der Canon-Reihe dementsprechend verwenden. Also da scheue dich nicht davor, den Blick mal auf den Gebrauchtmarkt zu werfen, was die EF-Linsen betrifft. Und da könntest du vielleicht sogar hier und da das ein oder andere günstiger erwerben. Günstiger zumindest als damals zum Neupreis. So, ich bin soweit durch mit meinem Fazit. Natürlich bleibt zum Schluss immer noch die Frage, wer ist die Zielgruppe? Ich habe es vorhin gesagt, ich denke nicht, dass die reinen Wildtierfotografen die Zielgruppe sind. Die werden das wahrscheinlich, wenn sie dann die Festbrennweiten haben, die längeren, das als Pendant mit dazunehmen auf einer zweiten Kamera, einfach um statt der Festbrennweite nochmal eine Zoom-Range zu bedienen, die deutlich niedriger liegt, also bis 100 Millimeter runter geht, aber im Zweifel auch weiter reinzoomen kann. Da ist es aktuell für Canon, zumindest im RF-Bereich, immer noch das beste Pendant oder die beste Alternative zu diesen Festbrennweitenobjektiven, weil du hier die größte Zoom-Range hast, weil du immer noch recht akzeptable Blendenwerte hast und das Objektiv einfach richtig gut performt. Das ist so das, was die Wildtierfotografen betrifft. Ich denke aber, dass die Wildtierfotografen nicht die Hauptzielgruppe sind, sondern meiner Meinung nach eher die Landschaftsfotografen gepaart mit Wildtierfotografie. Ich habe es vorhin schon gesagt am Anfang. Alle, die sich da sehen und einfach ihren Content regelmäßig produzieren, vielleicht sogar mit Aufträgen oder professionell, für die ist dieses Objektiv auf jeden Fall zu empfehlen, aufgrund der Brennweite. Nicht aufgrund des Preises, aber aufgrund der Brennweite. Demzufolge, wenn du dich in diesem Bereich siehst, schaust du dir am besten mal an und empfehle dir vor allen Dingen das Objektiv mal vorher auszuleihen. Also geh ins Fachgeschäft, probier da ein bisschen rum und am besten leihe es dir mal vielleicht über eine Woche oder ein Wochenende aus oder für deinen Urlaub, wenn du wegfährst und möchtest es unbedingt mal dabei haben. Ich denke, bei so einem hohen Preis lohnt es sich eher mal zu leihen, auszuprobieren, um festzustellen, ist es was für dich oder ist es doch, ja, brauchst du es vielleicht nicht ganz so oft und bist vielleicht gut beraten, das günstigere 100 bis 400 dir anzuschauen oder eben auf Drittersteller zu warten, aber im Zweifel erstmal ausprobieren und ausleihen, dann hast du die Erkenntnis und dann weißt du, ob du es brauchst oder nicht. So, ich hoffe, das Ganze war jetzt ein bisschen aufschlussreich für dich. Ich hoffe, mein Video hat dir etwas geholfen und ich hoffe vor allen Dingen, das Ganze war für dich jetzt interessant. Wenn du der Meinung bist, du hast das Objektiv und bist total unzufrieden, schreib es gerne unter dieses Video. Wenn du der Meinung bist, das ist das beste Objektiv, schreib mir gerne unter dieses Video, was du damit fotografiert hast bisher und wenn du gerne nochmal einen Vergleich oder ein Video zum 100 bis 400 Millimeter von Canon hier sehen möchtest, schreib es auch gerne unter dieses Video, dann mache ich das sehr gerne für euch und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich sagen, abonniere gerne meinen Kanal, like dieses Video, da hilfst du mir auf jeden Fall für den Algorithmus und wenn du möchtest, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.